Ey, bevor es aber richtig losgeht, ich muss euch noch was, ich muss euch mal was fragen, ne? Ich habe die Nacht richtig krass gefroren, weil normalerweise schlafe ich immer mit so einer grünen Decke und die wurde mir einfach letztens geklaut. Habt ihr irgendwie eine Ahnung, wer die haben könnte? Hat das jetzt schon irgendwas mit der Challenge zu tun? Decke. Ne, ich habe vorhin dann in dein Stream geguckt, da lag so eine grüne Decke. Bei mir? Ja, bei mir wird man keine grüne Decke gesehen haben im Zimmer, oder? Ist die grün? Die ist doch braun, oder? Achso. Boah, deswegen hast du nicht instant reagiert. Ist die grün? Dass er den Joke direkt checkt, Bro, die ist so hardcore grün und nicht braun. Ich habe vergessen, dass du Heiko bist. Und dass er mich erkennt. Die ist doch 100% grün. Boah, ich dachte mein ganzes Leben lang, die ist braun. Wie scheiße ist denn eine grüne Decke? Warum will ich denn eine grüne Decke? Das ist ja überwag. Warum? Sieht aus wie Moos. Ja, aber das ist doch voll ugly. Bro, weißt du, wo ich die überliegen hatte? Weil ich dachte, die ist braun. Auf Toilette. Keiner, es hat dir niemand gesagt, ne? Nein. Ja. Aber leider hast du dir niemanden gefragt. Ja, nee, aber man kauft sich doch nicht einfach so eine grüne Decke. Doch, wenn du Werder Bremen-Fan bist oder Wolfsburg. Scheiße. Ja gut, dann scheiß drauf. Dann ähm...